Moin Moin und willkommen zurück hier zu Biontas DSky auf dem iOS. Ja, wir befinden uns jetzt hier unten in diesem komischen System, aber wir können nur als Androiden rumgehen und ich habe nicht ganz rausgefunden was wir machen sollen, aber wir können uns da reinloggen und wissen dass Robert hier oben ist. Das ist, wir können ja das abschalten zum Beispiel. Das seht ihr da, als wir das abgeschaltet haben? Diese Dinge wurden für Droid, nicht für Menschen. Also, ich kann hier auch rausfliegen? Elektrisches Feld. Wer ist hier? Systemeingriff? Ach, hier ist der Strom wieder an. Okay, du brauchst deinen Strom wieder an. Hab ich gerade rausgemacht. Ach, guck mal an, der blöde Droide macht das immer wieder an. Okay, dann müssen wir schon warten, bis der mal woanders ist. Warte mal, geht das irgendwo rein? Okay, dann wissen wir, wie es geht. Pass auf. Gehen wir da rein. Gehen da raus. Gehen da raus. Müssen da schnell hin. Dann können wir nämlich nach unten noch drücken, stand da. Wo ist der Strom angemacht? Da ging es ja nicht mehr, ne? Ah, ah. Wo ist das denn? Okay, jetzt ist ein Alarm ausgelöst. Guck mal, was passiert. Drs. Lass uns den Lern wieder an. Kann er nicht. Muss er sich wahrscheinlich hier angucken. Oh, vielleicht können wir ihn... Vielleicht können wir ihn dann umprogrammieren oder so? Und ich kann nichts machen hier. Hm. Da kann er auch nichts machen. Er kann nur angucken. Es muss sein, dass er wichtig ist. Er kommt drauf. Er hat den Hof in sich. Oh nein, der macht das, glaube ich, wieder an, ne? Wollen wir was mit ihm machen? Ah, warte. Oh nein! Ich konnte ihn nicht mehr anpeilen. Ach, das war ja blöd. Okay, aber wir können irgendwas mit ihm machen. Das machen wir nochmal. Pass auf. Das machen wir doch nochmal. Die Steuerung ist auch echt blöd gelöst hier beim Spiel. Muss man leider sagen. So. Ach komm, dieser Roboter, diese Steuerung, ey, ganz ehrlich, die macht euch total wahnsinnig, glaubt mir. Also hier auf dem iPad zumindest. Ich glaube, am Computer mit der Maus ist es wesentlich einfacher. So, wir müssen da schnell hinfliegen. Komm, aus. Ja, dann warten wir einfach direkt hier an. Dann brauchen wir nicht so weit fliegen zu ihm gleich. Gucken, was der macht, wenn der nochmal kommt. Na, komm, jetzt ist er am Computer. Schaut sich nochmal um da oben. Was kann er machen? Alter, ich hab so ein bisschen Pollenallergie hier, glaub ich. Merk ich grad. Na, das ist nicht. Da kommt er wieder, ne? Guck mal. Jetzt geht er wieder da hin. Stoßen, okay. Das machen wir. Noch eine schöne Reise. Warte, das ist nicht richtig. Okay. Oh, hier können wir jetzt raus. Hier kann man jetzt am Bildschirm irgendwas anderes machen. Okay, das kommt jetzt wieder. Was ist der Handabpackmann da? Okay. Der Metaum zamegur. Smog. Smog? Gruselig. Was hat er für einen Albtraum da bitte? Das sagt Graham Grumdy, oder? Oh, ein Lächelt. Joey! Milo! Oh! 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 Wir machen. Hey, Joey. Was ist es, Foster? Du denkst, dass diese Kinder gut sein werden? Was ich als Doktor? Ich meine, will Arana werden sie zu den Städten? Sie kann sich selbst behandeln, Foster. Außerdem hat sie Ember die Hilfe. Und Danielle Pierremont. Du bist richtig. Unstoppable. Vielleicht sollten wir jetzt versuchen, Joey zu finden? Wir haben jetzt mehr wichtiges Dinge zu tun, weißt du? Die Kinder. Ja, die Kinder. Du und Arana haben ziemlich ein Team. Sie ist gut. Sie hat mich noch nicht geholfen, dass sie noch nicht geholfen haben. Du bist noch nicht immer so, dass du das? Ich werde es überlegen. Nichts. Wir gehen nach Arbeit, Foster. Was ist er? Ich muss mit Leit sprechen, bevor er versucht, die Stadt zu verlassen. Wie kann ich denn aus diesem Ort rauskommen? Das ist wo Joey kommt. Ich bin. Ich bin. Ja, ich bin. Somehow, er hat sich in jeder Tür zu öffnen, in diesem Ort zu öffnen. Joey, du hast superpowers. Ich wusste immer, dass ich speziell war, seit ich ein junger Droid war, helfen, Foster. Ja, ich bin. Die Kinder aus diesen Laben ist eine Sache. Aber aus der Stadt... Ich glaube, ich weiß, wie ich das tun kann. Helikopter? Nein, Joey. Die Landtrain-Bücher auf die Stadtkarte. Sie sind sicher, dass das? Das ist unsere einzige Möglichkeit. Mit Ember'in Hilfe und Daniel'in. Du hast es mit uns. Also, ich gehe mit Foster... Arana? Du kommst mit mir, Joey. Die Gap-Japs sind wieder in der Hand. Haha Dann komm mal Joey Irgendwann müssen wir hier rauskommen Abgefahren Dank Joey Hey Foster I've been thinking about Joey I mean the other one Maybe he never Maybe he never He walked out into the desert Years ago Remember I'm not convinced I would never have walked away And I'm in And it is me Hey Foster Can I ask you a question Sure When you made Joey Did you do anything different Changes protocols You know I gotta say He's just you With legs The work of humans And an arm Meaning? Just saying Saying what? That humans are evil? Can be evil Okay Hey look Foster It's your pal Mentor Alonso Mentor Alonso Grundy You again Oh Jimmy? The question Is The question Is Jimmy? Don't shoot! Whoa Don't want to drop one of these Or we all go off in flames Oh come on It can't be that fault Oh Going somewhere? Anywhere but here Not safe no more Council's on to me This place was crawling with our goons earlier Where did they go? Beats me I'm not hanging around to find out I'm off Good luck I guess You too Pedro Let's move Let's move Hm We're going to go over and see if he's in his oven Heizung If they didn't get it Can it of course Maybe or maybe not Maybe Let's not Heizung Wait a clue what's inside Lied? 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 Oh. Oh no. Es war Lied, all right. Es war Lied, all right. Es war noch warm. At that moment, a terrible thought struck me. Papi? Papi, are you here? Papi, it's me, Foster. Do you remember me, Papi? Yes, you're Mr. Lied's friend. Come on. We need to get you out of here. Mr. Lied, he's... I know. I'm sorry. Can you tell me what happened? Lied said he was going to put on the funny mask to help us get away. Then some men came, so I hid. What did the men look like? The ones in black that took me before. The ones with no faces. Listen, Papi. I've got something I need to do. Can you find your way to the monopod? I... I think so. Brave girl. I'll meet you there. Whatever Lied's plan for Papi had been, it had to involve Minos. I was going to have to go in there myself. Leet was dead. But his kudos plans for Papi still made sense. All I had to do, was find a way to boost all the kids' kudos levels in the same way. Okay, I'm going to put me up. Error 465. Connection Error. Could not reestablish link with user. Leet. Da is the way to move. We're moving. I'm a bit more excited. So. 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 Now we go. Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Er ist gar nicht besser. Ich werde den Administrator nicht mehr sehen. Ich wusste, dass das nicht eine gute Idee war. Ich wusste, dass vielleicht ich es nicht mehr ignorer und einfach weitergegeben würde. So. Cool aus Zuständensystem. Das Lied. Begin recording. Well, the system's just told me my body is in cardiac arrest. So, I guess security caught up with me. Command. Upload recording async. If you're hearing this message, then I'm dead. Which, personally, sucks. This means that you need to step up, whoever you are. So listen carefully. There's a girl called Poppy. She's hiding at my place. Unfortunately, her Kudos is too low to travel. You need to get her out of the city. Oh, and, uh, delete my hard drive, say. Okay. That's our task. Leet was dead. But his Kudos plan made sense. And I knew if I could get Poppy out, then I could use the same trick for all the kids. Okay. Ich würde sagen, hier setzen wir beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye. 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 Bye.